Ja, mein Name ist Sebastian Störer, bin 39 Jahre alt und bin seit ersten Zehnten hier als Mitarbeiter für den Spielbetrieb. Im Endeffekt bin ich Ansprechpartner für die Vereine, für das DFB-Net und für den kompletten Spielbetrieb. Ja, ich bin jetzt seit zwölf Jahren beim Verband, seit zwölf Jahren im Verbandsjugendausschuss gewesen, zuletzt stellvertretender Vorsitzender und die letzten acht Jahre als Vorsitzender des AK zentrale Spielansetzung tätig. Ich war zuletzt Teamleiter in einem Arbeitsmarktprojekt im Landkreis Verden. Vorher war ich als Arbeitsvermittler und Jobcoach im Landkreis Usholz tätig und davor als Personalberater. Ich komme aus Bremen Nord, habe beim TSV Leso meine Karriere gestartet, dort bis zur C-Jugend gespielt, dann um die Ecke nach Grunen gewechselt und war da bis im Herrenbereich, bis zur Landesliga aktiv. Peace. 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 Bis zum nächsten Mal.